gibt in dem spiel kein gut oder schlecht richtig oder falsch wenn ich dir den hintergrund von der figur erzählen so sag's nur hast nicht arg viel falsch gemacht im grunde da gibt es ja auch kein falsch gemacht so gesehen abseits jetzt so gemacht und so ist es jetzt ist ja eine hütte oder ist das die stadt ach das ist die feld die borg die stadt bäume sind ja kein ding ist aber auch merkwürdig hier so eine komischen krassen du sind die so viele pg aua hallo okay in der masse sind wie zombies lass mich den ein doch mal hauen es wird ja immer mehr alter ich bin raus drop the mic und weg bitches wo bin ich wo ist der weg hier raus der schießt pfeile ich hab mich verlaufen im wald ach hier okay hier ist katzenscheiß hier gehen wir rein hier können wir sie abschütteln trinken was machst du denn da für ein scheiß das nennt man win-win wenn sich beide treffen treffen sich zwei ritter kritisch da hat er mir aber noch mal eine mitte geben noch mal ein abschiedskuss du tust dem spiel was du tust ja du kannst in dem game auch alle npcs ne richtig du kannst in dem game alle npcs abschaffen und es trotzdem beenden so soll es auch sein wenn ein npc habe ich ja schon getötet das war aber aus versehen weil ich dachte der war eine statue ja der sah halt für mich nicht aus wie ein lebend also deine freiheit oder kannst du nichts falsch machen so jetzt hier die baumparade müssen wir natürlich auch noch stoppen baum 1 baum 2 frei gefällt allein seid ihr nicht mehr so groß ne naja mal hier eure gruppentaktiken alles zack schön den bauch auf die schlitz den baum bauch hätten oh noch einer alles klar was ist denn hier los ein nest baum nest irgendwo der baumboss so haben wir es jetzt keine mitte noch ein baum boah ruhe in frieden östlicher helm östlich sehr östlich ach da unten das Vieh ach hier bin ich aha alter ist das ein riesen ekelhafter ding das ist wie eine riesige tentagelschlange so noch mehr geilen shit ich will mehr geilen shit scheiß hydra mistvieh sein dreckswasser bellen die einem da entgegenspuckt ob das mein pc mitmacht kommt hier auch nichts von hinten doch aha sieht natürlich cool aus zwei vier sechs sieben köpfe naja komm wir machen mal den baum hier bevor der mir in den rücken fällt nein ich weiß nicht der kampf könnte kritisch werden für meinen pc die wassereffekte da unten die ganzen köpfe ah was hast du denn du für ein hinterteil bist du ein rochen rochen mit sieben köpfen oder was ist das du bist du bist widerwärtig widerwärtig ah die lebt noch schick schick hier packst du die easy Toxin weg machen Ach, da kommen wir über die Brücke Ach, dann bin ich... Na gut Verstehe Ist alles miteinander verbunden Hier komme ich ja zu der Hydra, wa? Seht halt so aus Also, dieses Gebiet hier scheint wohl bei der Hydra dann Oder in die Hydra zu finden Ich weiß nicht, ob das die Hydra ist, aber Ich nenne sie einfach mal Hydra Das war's jetzt hier? Das war alles? So die Baumparade? Ja hier, der Pfeileschießer, genau Ach, da oben 5.000? Haares Bogen, haares Hut Okay Vielen Dank So ein Billo, weißt du? So ein Billo hat da 5.000 Serien und doppelte Humanity? Takt Beganne von hier Takt 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 Na? Ist hier was? Ist hier was? Ne, hier ist nichts. Warte. Ist er auf der anderen Seite davon? Ah, Mucha! Safe. Steinhelm. Dein Rüstungssteiner, Handschuhe, Steinschuhe. Jetzt haben wir zwei Rüstungen bekommen, jetzt gucke ich auch mal kurz. Ob die cool sind. Seid ihr cool? Östliche Rüstung. 12,3. Und was ist Stein? 17,6. Eine Fresse. Die moosbedeckte Rüstung des Steinritters, des Verteidigers des Finsterwurzgartens. Der Steinritter ist ein Produkt alter Magie. Diese Rüstung ist zwar auch von Zauberkraft durchdrängend, doch sie ist unfassbar schwer. Wie alles andere. Ist alles so schwer, da läuft irgendwas. Toads, da laufen Pilze. Ah. 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 Den hat, der hat gesessen. Aber es interessiert ihn gar nicht. Ich geh mal ein paar Pilze sammeln. Schöne Fungi Pizza machen wir uns hier. Da vorne? Hm. Ich fühl mich hier. Ich fühl mich in dem Wald hier nicht wohl. Das ist ein Tor. Wo sind die Pilze eigentlich hinten? Da hinten. Muss ich hier runter springen oder was? Ne, da vorne geht's runter. Seid ihr feindlich? Warum interessiert ihr euch nicht für mich? Hallo? Das tut mir gar nichts. Das tut mir gar nichts. Das tut mir gar nichts. Oh, das tut mir gar nicht. Okay. Was? Du trommst da einen Pilz Goldharz. Was ist das für ein großes Vieh? Sag groß aus. Groß und böse. Wo ist es hin? Da. Was ist das? Radleraugen. Sieht aus wie das Vieh da in der... Sieht aus wie die Katze, nur in groß. Huch. Okay. Da sind große Pilze. Oh, 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 oh. Tun die großen Pilze mir was? Ah, ihr, ihr, du bist, du bist, guckst mich doch schon an. Tut mir was, wenn ich die Kiste öffne, oder? Bis bald. Okay. Alright. Okay Der Pilz hat eine Shellock Okay Okay Ähm Entschuldigung What the heck Ich werde vom Pilz verkloppt Wieso ich dich dann angreifen Dein Angriffsmuster ist scheiße Ah okay Zwei Du raust aber schnell hintereinander zu Äh muss man sagen Ich kriege echt nur einen Schlag rein Da haut er schon wieder Na gut Das muss halt so machen Ich Ich weiß nicht ob du böse bist Weil ich da dein Kind getötet habe Oder ob du von Natur aus ein böser Pilz bist Dafür sterben alle deine Kinder Ist dir bewusst ne Ich rotte deine ganze Familie aus So Explodierst du oder sowas Goldhars Wow Tausend Seelen Dafür dass der mir so ne Schelle gibt So Jetzt Jetzt seid ihr dran Jetzt habt ihr alles eurer Mutter oder eurem Vater zu verdanken Gib mir dein Harz Die heulen immer so traurig Das sind viel zu viele Pilze So und ja auch nicht Der ganze Pilz brut hier So jetzt kommst du noch her Mama 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 Pilz Arme Pilze Die haben sie ja so gewollt Oh Entschuldigung Da hab ich Sehr gut Gib Mach hier die 2er Combo da Los Mach Ah ja Das ist der langsame Jetzt mach doch mal hier Schöner Hut Dann bauen wir halt da auch einen ein Das war wieder der langsame Ist aber auch schwer zu erkennen Oh 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 Oh, oh! Mamma mia! Es me, Mario! Aua! Eine Rüte! Und Hartz! Hier! Hä? Was ist denn? Ich glaube, die ist nichts. Ich habe ja schon getroffen. Sieht gut aus. Sieht gut aus! Blaue... Blaue Gute. Aha! Macht die zur Waffenverwand... Waffenumwandlung erforderliche Glut. Blaue Gute. Eine Form der Magie wird von Windheimer Magie... Achso. Okay, ist aber nicht die. Wandel deine Zauberwaffe plus 5 zu einer verzauberten Waffe um. Das ist bestimmt der Schmied da unten bei Anor Londo, oder? Äh, die Ruin von Anor Londo, oder? Jetzt müssen wir hier erstmal wieder einen Überblick kriegen, Mo. Hier ist der Turm, ne? Ja, da ist der Turm. Ist das da vorne oder brennt irgendwas? Und diese pilzigen Matschgeräusche... Achso, das ist die Blume. Die matschigen Geräusche der Pilze. Tja, ist jetzt die Frage. Kämpfe ich gegen dieses Vieh? Ist es stark? Ist es schwach? 19.000 Seelen. Kein Bunfire. Es sind zwei, ne? Da ist doch noch eins dahinten. Ah. 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 Leute. Leute. Vielleicht gehe ich lieber erstmal durch die Tür. Nein, wer weiß, was mich auf der Tür... Hä? Warte. Schwierig. Das sieht halt auch nicht so freundlich aus. Was ein Bosskampf ist? Das sieht schon irgendwie nach Bosskampf aus. Das sieht schon irgendwie nach Bosskampf aus. Hm. Das ist jetzt schwierig. Wenn ich da jetzt reingehe und es ist wirklich ein Bosskampf, dann kann ich mich von den 19.000 Seelen eigentlich verabschieden. Ich meine, es ist jetzt nicht so viel 19.000, aber... Sättelos verballern ist natürlich auch schade. Was machen wir, Otak? Was machen wir? Was machen wir? Entscheide dich. Ne. Ich versuche die Katze. 19.000 Seelen. Lull. Ja. Ich sag ja jetzt nicht so viel, aber... Ja. Ne. Was man hat, hat man. Das Ding ist, das sieht halt so krass nach Boss aus. Also... Riesentor da leuchtet. Das scheint mir halt schon wie 1a Boss. So. Dann... Zeig mal. Dann hätte ich nicht den scheiß Pilz, Mann. Somm mal! Alter! Du scheiß... Kackpilz hier! Zumal... Ich bin schon wieder erschrocken. Zumal ich eh kaum noch Fläschchen habe, wenn da wirklich ein Boss drin ist. Oh! Alter ist das viel schnell! Was geht? Boah! Krass! seconds though! Waah! Nّ... Ich hab nichts gemacht! Ich... Hämmer dich! Weg! Weg! Lass mich! Auf deinen Kopf! Ach, du Scheißfee! Ha! Ha! Ksch! 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 Buh! Äh... Das sind drei? Okay. Ach, wieder diese Überzahl. Ja, Marsch, ne? Der war Baum! Alt wie ein Baum! 2000 Seelen. Okay, ist nicht schlecht. Ach, du Scheißvieh! Hallo? Komm, 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 komm! Roll! Ohohohoho! Das ist... Roll dich! Träu dich! So, und jetzt roll! Dort nix! Der trifft mich! Der trifft mich! Der trifft mich! Der trifft mich! Hahaha! Ja, okay. Wir müssen anders kämpfen. Komm her! Ach, das gibt's doch nicht! Au! Ja, so müssen wir nicht kämpfen! Au! Ohoho! Oh, Mami hier! Ich hab keine Flecken mehr! Scheiße! Jawoll, mach's! Komm, mach's! Ich weiß, du willst es! Komm, mach's doch! Mach's! Ja? Ah! Du Scheißvieh, Alter! Hi, Lisa! Hab ich schon hi gesagt? Na, Hand! Heute mit Hemd! Ja! Danke! Was mit dir? Ohne Flasche! Du darfst mich nicht einmal hitten, ne? Das ist dir bewusst! Wir müssen beide jetzt richtig cool miteinander sein! Oh! Nein! Verkackt! Verschissen! Mach nochmal! Mach nochmal, Hal! Mach! Mach! Immer nutzt die Umgebung! Taktischer Vorteil! Sei eins mit der Natur! Aha! Der war nicht schlecht! Äh, nicht schlecht! Ja! Ruhig! Es kommt! Roll dich! Alter! Er hat nicht... Ging nicht weit genug! Ah, du Scheißvieh! Ich hab Angst! Ich will jetzt nicht verrecken! Kopf! Oh! Schmerz! Lass nach! Komm, ein Hit! Das ist doch kein Hit, den ein Hit! Jetzt! Kriegste! Ja! 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 Oh, ist da noch eine? Ja! Wenn da noch was ist, dann war's das, ne? Dann nehmen wir die Schichte! Geht Utok in die Schichte einmal wieder! Hehehe! Ich hab Katzenminze! Ach ne, das lockt die ja an! Ich hab irgendwas anderes! Da geht's ja auch nicht hoch! Hä? Ach, da komm ich dann nach oben! Da ist gar kein Loot da oben! Ich hab die umsonst gemacht! Willkommen umsonst! Scheiß Stein! Na, du sagst dann bestimmt, dass die da sind, da? Monster! Wer hätt's gedacht? Ist halt auch so was! Keine Ahnung! In dem ganzen Spiel sind überall Monster! Irgendwo hinzuschreiben, Monster ist halt auch... Weiß ich nicht! Wie wenn du durchs Ghetto gehst und sagst, da ist ein Penner! Ich mein, ist ja... Mit rechnest du doch? Ist ja jetzt nichts... Ein Obdachloser! Ein Obdachloser! Entschuldigung! Nur politisch korrekt bleiben hier! War nie schlechte Witzel! Oh ja! Das war schon einer! Ja, hier ist wirklich gar nichts! Nice! Drei Scheißkatzen getötet für nichts! Bumbe! Ist auch kein irgendwie so... Ah! Sie hier kein Nest haben! Ein paar Katzenkinder oder so, die ich mitnehmen kann! Nur! Vielen Dank.